Wir sind jetzt hier im Park und fahren jetzt zum Venue, zum Soundcheck, haben alle ein paar Stunden geschlafen, wir werden aufgeregt jetzt schon. Also ich muss schon sagen, also ich bin schon immer sehr nervös, also ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, der einzige, den man da so ein bisschen ausklammern kann, ist Gustav, wobei ich auch glaube, dass der das immer so ein bisschen probiert zu überspielen und zu unterdrücken, das ist halt seine Variante, da mit Musik hören und so. Und wenn ich nicht mehr kann, denn ich da war, irgendwann laufen wir zusammen, warum sagt man nichts mehr halten kann? beim Bauten beim Wir fahren ca. 20 Minuten, erst dann mit Ihrem Partner, lieber Proven. Zehn Termine, ist ja nicht viel, dann haben wir Soundtrack und nochmal zehn Termine und dann haben wir die Show. Also unser Management feits uns nicht oder so, also auf keinen Fall. Also wir haben schon extrem viel Freizeit auch und so und können uns schön auf die Show konzentrieren. Also wir haben nicht irgendwie, nicht im Stress oder so, aber das ist spannend. So ein richtiges Ritual, dass wir uns alle nochmal zusammenstellen und jetzt irgendwie nochmal hier irgendeinen Spruch aufsagen, so was gibt's nicht. Das einzige Ritual, das wir haben, ist so, dass wir Tom, Bill und ich uns quasi immer eine halbe Stunde vor Show in der Bandkabrube treffen und zusammen einfach aufgeregt sind. Ich hab einen Puls von, was weiß ich, ey, so, nur 20. Das ist auch die Zeit. Bis du weiss, wie du da rät, wie du auch weischtest. Und wenn du das letzte Ritual, wie du da bist. Auch wenn du es dreht, wie du da bist. Und schrei so laut zu kannst. Bis du, du selbst bist. Und wenn du das letzte Ritual, wie du da bist. Auch wenn du das nächste Ritual, wie du da bist. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.